Tach Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute zwei Kandidaten dabei, einmal den Julius und einmal den Jonny. Fangt an den. Wir werden jetzt genau in dieser Konstellation, das hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir ausgerechnet die drei jetzt hier sind insgesamt. Und zwar gucken wir uns ganz alte Videos an, die teilweise auch nicht mehr auf meinem Channel sind. Wir haben jetzt mal zehn Videos rausgesucht insgesamt. Guck mal, das ist mal so. Toll, das ist ja so. Ich glaube, man soll es nicht vor, ne? Ah, der einzige Grund, warum ich hier bin. So, ich würde sagen, wir fangen an mit den aktuellsten. Ich sitze zwar leider gar nicht in der Sonne, aber so. Äh, 2017 habe ich jetzt erst mal was. Das ist jetzt nicht ganz so peinlich, würde ich sagen. Oh, das war geil. Oh, die Farney Day, auf jeden Fall. Nein. Das ist schon echt geil. Müsst du mal Informationen machen? Ja, echt machen. Ebenfalls. Noch ein neues Spielmodi zum Gefühl. Capture the Flake oder sowas auch alles. Jo. Aber irgendwer hat einen Mörder umgecampt. Das ist das Geilste. Jetzt mal ein bisschen weiter zurück, 2016. Was haben wir da? Ah ja, was? Oh, der blut ist dick. Guter. Aber das ist am besten, am besten. Das ist aber noch Teil zwei. Boah, guck mal, da ist gleich ein Blasen. Da ist gar keinen. Da ist das ein Effekt, oder? Aber weißt du, eigentlich müssen wir uns hier vor. Und eigentlich ist das hier. Warte. Das ist das Geilste. Oh nein. Da ist auch ein Outtakes davon, ja. Warte, sieht auf die Augen aus. Eier, wie Kinder, halt. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Ich dachte, die... Ach, die... So, warte, jetzt komm. Jetzt komm mal vor, was du in die Outtakes war. Das, da wird es eigentlich was lustig. Ich reagiere nicht, by the way. Ich bin schon eine Suppe zu lange, wie ich eigentlich im Video... Äh? Ja, und so. Ich, Alter, jetzt. War alle nass? Oh, das ist auch geil. Ich mach noch Spaß, Alter! 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 Wir haben es doch versucht, haben ordentlich aufzustellen. Ich hab einfach nur drei Jahre gebraucht dafür, Alter! Ich stell dir vor... Ich stell dir vor, ihr seid im Casino, Alter! Ey! Zehn Minuten, um die Scheiße aufzustellen, da haben sie schon 50 Runden weitergespielt, Alter! Aua! Ab hier ging es nicht an, Alter! Oh, ey! Ich hab' nicht gebeten! Ich hab' nicht gebeten! Ich hab' nicht gebeten! Ich hab' nicht gebeten! Ich hab' nicht gebeten, Alter! Ich hab' nicht gebeten, Alter! Soll ich auf die... Was war denn das? Wow, ein legendärer Spruch, Alter! Das war auch richtig gut, Alter! Wow, was hab ich denn mit dem Handy? Ich geh' jetzt, glaub ich! Voll in den Kamera mit meinem Auto... Ey! Ich führe gerade mit dem Auto... Weißt du doch, warte! Kurz Toiluft dazu. Die ist nämlich nicht im Video gelandet. Johnny, bei der Szene saß Johnny die ganze Zeit hinter der Kamera, aber als es so hingefläht, der letzte Affe so, er hat dann wirklich eine Stunde lang immer und los, das wirklich ist hart. Das hat uns jetzt mal so gekillt, deswegen hab ich bei der Szene absolut gar nichts geschissen bekommen. Die Szene hat bestimmt anderthalb Stunden gebraucht. Er war gar nicht so impressed. So, jetzt noch ein Klassiker. Ja, der ist der geilste. Das war so geil, Alter. Das ist so funny, Alter. Das war so geil. Oh, da liegt die Eisbahn. Ich war richtig am Zitter, weil ich Angst hatte, dass es so schief geht. Weil es war so offensichtlich, alles war so offensichtlich da, weil wir gar nicht alles gedreht haben. Du packst den ganzen Kameras da für ein Video hin oder so. Da dachte ich, ja okay, lass mal machen. Wir haben ja dann den Französisch schön gedreht an dem Tag. Ja, ja, ja. Und das hat jetzt erst nicht funktioniert, Alter. Nix, 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 nix. Das Timing war so großartig. Ey, das war eigentlich geil. Das war so krank, Alter. Junge. Hat er überhaupt nicht eingebautet und so. Oh, das war so lustig, Alter. Ja, das ist jetzt ausgegangen. Oh, ja, ausgegangen. Vielleicht wieder rechts oder so. Ist ja rausgegangen. Keine Frage. Voll, du hast halt legit einfach nur auf M gedrückt und alles. Ja. Ich würde noch die Schleskarte gucken, so. Wir wussten ja gar nicht, wann jetzt sollen wir die da oben noch zappeln lassen oder halt noch erst später machen, so. Wenn das geplant wäre, es hätte niemals funktioniert. Das Timing so, meinst du? Ja. Jodi kommt jetzt erst richtig ins Schwitzen, Alter. So geil, Alter. Na, wie soll Judas kommt? Nur mal schnell ganz schnell, scheiße, was soll... Soll es irgendwas bringt? Soll es... Scheiß N64 damals. Pus hat immer geholfen. Ich hab nur noch M gedrückt. Entschuldigung, ich verzeuge. Die Kamera hier, die war richtig geil versteckt, Alter. Dann wär's dir jetzt niemals entdeckt gefühlt. Komm. Die Radlosigkeit. So broke, Alter. Und hier hat er sich glaube ich schon gewundert, was jetzt mit Judas ist. Das ist einfach viel zu... Ah, jetzt so. Warte mal. Du hast gelacht. Er dachte auch, er soll jetzt Sherlock, Alter. Okay. Boah, nee. Das war so... Freie Pumpe, Alter. So wie nach stundenlanger Autofahrt einfach aufpassen. Das war schon so ein schrecklicher Tag. Das wär echt zu geil vor. Ich glaub wir haben danach noch einfach ganz nochmal weitergerichtet. Ja! Yo! Ich wär immer noch komplett fertig mit den Nerven. Wir wissen doch auch, 2014. Ganz kurz mal, ganz kurz mal, das ist jetzt fünf Jahre her, ne? Also knapp. Das ist 2014, ja. Das andere gibt's auch noch. Das ist davor. Weil ich noch froh, die ganze Zeit gefragt haben, ob ich nen Glühwein bekomm. Ja, ich glaub schon. Ich weiß nicht, ob es das war, aber... Hab ich nirgendwo nen Glühwein bekommen. Digga, du warst 14, Alter. Du warst wirklich 14, Alter. Du warst wirklich 14, Alter. Ne, 2000... Ne, da war ja noch 14. Stimmt, 14. Weil das war noch vor dem 20. Stimmt. Hier, weiter. Also, by the way, das beste Intro von allen. Als Maul, Alter. Die waren alle scheiße. Vor allem, das hatte ich so lange. Am geilsten ist ich so... Oder... Oh, Prank. Geil, dass ich meinen Arm gehörte, aber Malte noch größer. Der war nicht so der Fan-Pierre. Alter, ich glaub, hast du recht gut was? Stimmt. What the fuck, Alter, was hab ich da reingeschnitten, Alter? Boah, das war geil. Oh, nein. Du war weg und schlau. Ich hab's auch schon. Ich denke... Du schreibst. Du schreibst. Falsch. Ne, ne, ne. Ich war scheiße. Ah, ja. Ich bin noch egal. Boah, wie war er denn? Ja, weißt du, die ganze Zeit dresst. Die nimmt einfach gar nichts, Alter. Das war schön. Ich spuck's halt mal erst mal aus, Alter. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so ein Frosch, du weißt du? Ihr hast die ganze Zeit wegfressen, so. Und dann spuckt man, die Scheiße. Voll wieder rein, Alter. Voll wieder auf die Straße, Alter. Also irgendwie in Müllabberg und wird auf die Straße spucken, Alter. Ey, immer noch nicht. Geht's dir auch was günstigeres? Voll nicht, komm mit! Das geht's auch aus dem Gesichter. Oh, nee, das tut mir. Das nimmt halt oben. Hättest auch sagen müssen, ich schon was Schönes. Ist ja der Weihnachtshorn. Findest du der echte Weihnachtshorn? Nein. Schade. Nein. Bitte! Ich hab ja, Alter. Nein, sie sind schade. Bitte! Stimmt, die ist dann rausgekommen und hat mir die Lass- und Habe gezeigt. Stimmt! Jetzt sollte das ein Prank werden. Okay, Bruder, was ist los? Und dann haut's einfach rein! Weil auch ein 14-jähriger nichts besser zu tun hat, als den Kopf zu kaufen. Weil der Kamera war nicht mehr. Überhaupt, man sollte das auszunehmen. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht aufnehmen. Er zeigt dir irgendwelche Sachen. Ich hab das nicht aufnehmen. Jetzt könnte er irgendein Passant sein. Ich hab das nicht aufnehmen. Jetzt kommt der gesuchte Stick. Oh nein. Das war speziell, gibt's auch noch. Was soll ich zuerst gucken? Ja, komm, baller den Stick. So ein geiler Sammer. Achtet mal bitte auf den Bart von Jonny, Alter. Der hat nämlich nie gehalten. Von Anfang an hat's eigentlich nicht gehalten. Guckt mal jetzt schon, dann eigentlich wieder runterhängt. Wie lauf ich denn da? So ne prima. So ne neue. Oh ja, jetzt guckt ihr das. Scheiße, die Karre. Die Brimler ist aber geil. Boah, schau, Spür, Schmeißer. Scheiße, was? Die Karre ist denn? Was machen wir jetzt? Was? Die Stimmen waren ja gar noch so hoch, Alter. Diese scheiß Waffe, die klappert einfach nur wie... Ne, 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 ne. Wie lauf ich's da so gut? Okay, los, gut. Alter, das ist super verkuttet. Boah, schau mal auf die Kastanie. Boah, die sind schon seit 3 Minuten aus dem Bild raus und der kommt erst jetzt bekannt. Oh nein. Oh, Schluss! Guck mal auf der Achter. Diese Rolle hab ich by the way immer noch. Der komplett auf halb 8, Alter. Den möchte ich mal gucken, ob die überhaupt noch fährt. Echt, was? Oh nein, Alter. Vor allem, guck mal. Die Info war schon nicht schlecht, wollte ich mal so sagen. Also, das find ich auch noch gut. Ey, Jürgen, für damals... Also, aber eigentlich? Was denn? So, wie ich da angefangen komm, mitten im Video schon drin. Jetzt kommt ja mal, Alter. Oh nein, Alter. Voll wahr? Achtung, Funfacts. Funfacts. Oh nein. Oh, Leute. Ich hab damals schon in Nürnberg gesagt, Alter. Echt? Ja, das kommt jetzt gleich. Kommt gleich, achte mal drauf. Wie lege ich mich da hin, Alter? Das erste, was ich mach, wenn jemand mit einer Waffe reinkommt? Oh, Digga! Was machen Sie hier? Was hat mit dem kleinen Handy... Oh, jetzt hier... Fangen wir aus. So, besser. So, jetzt unauffällig. Bei vier, setzt die ganze Zeit durch heißen. Die ganze unauffällig machen. So lange dauert dieses... Ja, ja, ja. Oh, hier, Boss. In Nürnberg. Ich hab natürlich nicht raus. Ich hab natürlich nicht raus. Scheiße, abgeschlossen. Wirklich? Ja! Wirklich? Wirklich? Nee, ich häng mir so aus. Vor allem, er macht's hier, obwohl er im Kopf halt geschossen wurde. Ah, hier! Ah, hier! Ah, hier! Ah, hier! Der Schnurrmann! Der Schnurrmann liegt jetzt hier einfach. Ja! Der ist mit dem Boden, ey. Der ist komplett gone. Ah, scheiße! Die haben wir am liebsten. Du warst so ein perfekter SoftBraw. Am besten war aber wirklich alles abgeschlossen. Wirklich? Oh nein! Die Szene! Alter! Eigentlich hat jede Szene gedauert. Nee, aber die hat wirklich eine Stunde gedauert. Nur, dass sie reinkommen. Ey! Das ist echt so. Beim Jodino! Boah, Alter! Boah, warm, Alter! I don't know. Einfach nur beiß. So richtig langsam vor allem. Und dann klick! Oh, jetzt geht's auf. Oh nein! Oh nein! Jetzt kommt der Special! Buh! the hands. Der hands. Der hands. Habe ich mir 5er gesammelt. Oh! 5er Scheiner. Das ist ein Bumm, Alter! War der krass. Das war ja so schlecht. Das soll ich jetzt noch bei bei neun Führers auch machen. Der ist ein Schleuzer. Das war aber geil. Wissen oder hat sie ein bisschen direkt? Ja, hätte der wieder Abgang gemacht, Alter. Ich habe auch einfach eingeladen. Ja, guck mal! Da hängt gerade noch! Hättest auch ein Blatt Papier zu mit. Ja, Punkt. Der hängt doch wieder fast 8. Ja, der war doch jetzt einfach 18. Der Bart ist echt gut gerade gegessen. Der Bart ist echt gut gerade gegessen. Oh scheiße! Er ist ein Schwerer zu Ross. Er ist ein Schwerer zu Ross. Ich bin der Bart. Oh Gott, Alter. Schießt die ganze Zeit bei Mann. Stipp hoch. Das ist die Lohnzeit. Oh ja. Kann! Und? Er hat einen Job gehabt, nur einen Treppe hoch, ne? Ja. Wir haben uns direkt... Wir haben uns überhaupt nicht inscriptet. Was soll sie? Das ist eine gute Stelle, wo wirklich jemand direkt runterfällt. Vor allem, komm mal hier. Auch ganz ohne, da fällst du den Bart noch. Guck mal, bei mir ist schon komplett aufgegeben mit dem Bart. Johnny hat sich immer rasiert direkt. Hier, guck, Achtung! Oh! 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 Das ist das erste Weihnachtsfest. Ich glaub... Wir haben uns auch wieder mit Johnny, brauche ich. Klar, aber immer mit Johnny. Das ist die längere Version davon, glaub ich. Äh, 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 äh. Das hatte ich doch nicht verlangen. Das ist aber auch richtig wenig. Tränke kurz mit Bobby vor allem. Ja, dann hast du doch nicht gebraucht, dass es wirklich bei der Cola das Bobby denn kommt. Dass wir mit dem Thema rollen lassen. Das ist ja... Keine Ahnung, oder? Stimmt, ja. Boah, das sieht so gut aus. Alter, johle, ey. Dafür sollte ich nicht reden, der von irgendeinem Auto hinterher. Fuck. Ich sehe gerade den Crack jetzt oben. Oh, nein! Oh, nein! Das ist schon. Ah. Da müsste man eigentlich auch so einen YouTube-Punk gut machen. Sind Menschen aus Kraschauer rausgezogen? Ja, wir auch. Oh. Wer rennt. Oh Gott, das wird peinlich. Running. Das wird, das ist jetzt schon peinlich, Alter. Alter. Warum? Von der ist extra stehen geblieben, ne? Glaub ich. Warum? Ich weiß nicht. Der letzte Affe, Alter. Von der Zeit echt durchgezogen und dann den nächsten, Alter. Das, was ihr hier seht, ist der uralte Kanal, der, ich soll mal sagen, schnirgelig worden ist. Und ich werde derzeit durchgezogen. Das ist echt, wenn du eierst. Toll. Juckt leider gar keinen. Ganz, ganz glücklich. Kann man davon aussehen. Wie die Schnauze. Warum willst du mich eigentlich die ganze Zeit? Ist das echt so, Alter? Da passiert doch gar nichts. So ein Polizist. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, Freunde. Oh, nein. Dann wäre es noch Finnschreis nicht. Oh, oh. Ja, du bist so behindert angekommen, Alter. Das ist die beste, die du jemals gemacht hast. So eine Lebkuchen-Standfahrung zum Lebkuchen. Ja, nur Lebkuchen. Ja, nichts anderes, Alter. Vollziehen, war so. Wir haben wieder daraus gelernt, Leute. Keine Videos machen. Content ist auf jeden Fall damals besser gewesen. 100%. Ich werde versuchen, mich wieder ein bisschen daran zu orientieren. Ja, das ist so ein bisschen weibliche Stimme. Richtig, ja. Die beiden haben Instagram. Also hier Instagram von Jonny, hier Instagram von Julius. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ey, mein Videos, Alter. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja, deswegen ist das Video jetzt auch vorbei.